hallo alle zusammen ich bin der stefan von lichtgebildet und youtube creator seit neuesten sogar monetarisiert ja und ich würde euch gerne ein quicktipp zu davinci resolve 18.1 raushauen und würde euch bitten meinen kanal zu unterstützen indem ihr meine videos mal anschaut wenn was für euch dabei ist ich habe sämtliche rubriken von wandern über buschkraften und lost places model fotografie etc wenn es euch gefällt lasst doch bitte daumen da und gibt mir ein abo so unterstützt ihr mich und ich sage euch im gegenzug wie bei davinci resolve ein projekt wiederhergestellt werden kann wenn ich mich total verhauen habe und zwar bin ich jetzt hier gerade jetzt habe ich euch komplett hier aus dem fenster ausgeschoben in den projekten von davinci resolve ich muss leider eine bildschirmaufnahme machen das heißt ihr habt hier meine ganzen desktop icons ich habe auf jeden fall das video für frankfurt fertig gemacht und bin mit der rückschritt taste oder steuerung z wie auch immer wollte ein fehler von mir rückgängig machen dabei habe ich mein ganzes projekt zerhauen und dann nach einer lösung gesucht wie komme ich wieder an den alten zustand dran weil davinci resolve ja wenn man es auch vorher eingestellt hat macht es aber auch glaube ich automatisch immer sicherheits backups ja ich habe dann youtube geschaut es gab nur davinci tutorials zu davinci 16 die haben mir nicht weiter geholfen und eigentlich war ich selber zu blöd weil ich habe dieses icon 1 schon hundertmal gesehen ja trotz alledem ich sage es euch mal eben schnell man geht einfach nur auf mit rechtsklick auf das defekte projekt was ihr zerschossen habt drauf und dann gibt es hier unten ein pfeil der nennt sich projekt backups den klickt ihr mit links und dann seht ihr alle zwischenspeicherung von davinci resolve bei mir ist es in fünf minuten abstand wählt die letzte die letzte die letzte uhrzeit aus wo ihr denkt da war das projekt noch in ordnung drückt auf load gibt dem ganzen einen namen von mir aus backup oder hier macht er automatisch ein copy rein sagt ok er erstellt eine neue datei und ihr habt den alten zustand wieder hergestellt das war einfach oder so bitte lassen wir doch ein like da und ein abo gerne in den kommentaren wenn ihr irgendwas dazu sagen möchtet habt einen schönen tag und bis bald das war's schon ciao